Yo Leute, was geht man? Wir haben grad richtig Bock, ein paar Schellen in der Stadt zu verteilen. Ihr denkt jetzt natürlich, dass es ordentlich klatscht. Das tut's aber nett, weil wir meinen die Schellen hier. Mal schauen, wie die Leute reagieren. Was ist los? Was ist los? Du siehst hier grad so aus, als würdest du ein paar Schellen gebrauchen. Hä? Kollege, was ist dein Problem? Ich hab Bock, ein paar Schellen zu verteilen, Mann. Ich hab nen Scheiß-Tag. Okay, aber ich geh hier und der such dir einen anderen aus. Warum? Ich geh hier und such dir einen anderen aus. Nein, ich hab grad richtig Bock, Schellen zu verteilen. Hast du Bock? Soll ich halt meine vier hier, Brüder rufen? Warte. Ich kann ne dicke Schelle verteilen oder ne kleine. Sag mir, auf was du Bock hast. Sag kurz, warte kurz. Wieso musst du jetzt Kollegen rufen? Nee, nee, warte. Was machst du denn so rum? Was soll denn das die ganze Zeit? Ich geh nicht zu. Ey, kein Großballer, aber willst du ne Schelle? Ne kleine oder ne große? Kennen wir uns. Jetzt mach mal keinen Aufblick hier. Ne kleine oder ne große Schelle? Ich fackel deine Schlange, okay? Ich geh nicht gar nicht. Sag mir mal, willst du ne kleine oder ne große? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Das ist scheißegal, wer ich bin. Willst du ne Schelle oder nicht? Was soll das? Was soll was? Das ist egal, okay? Da reden wir nicht lange drüber. Hey Jungs. Ja? Willst du was bestimmt? Such dir ne Schelle. Was für ne Schelle, Digga? Jungs, ne Schelle, Mann. Wissen nicht, was ne Schelle ist? Was war's? Hey, was? Hey, was? Ne Schelle, Mann. Hey, was für ne Schelle? Ne Rohrschelle, Mann. Ne Rohrschelle, Digga. Ach so. Was ist denn bei euch los? Was? Wie viel stehen? Das ist Fragenkursiv. Wir klären es anders hier, Digga. Du möchtest Ärger haben? Wo ist die 1, 1, 0? Soll ich? Ich hab doch nur gefragt, ob du ne Schelle willst. Soll ich anrufen? Ich frag doch ganz normal, ob du einfach ne Schelle willst. Ich muss das offen machen. Ja, und? So, welche Aktion kannst du bei mir abschieben? Also, lauf weiter. Warum? Was hat's mit aufgebracht zu tun? Also, lauf weiter. Also, lauf weiter. Digga, ich frag dich doch mal ne kleine oder ne große. Okay, ich weiß gar nicht, was du bist. Ne Schelle. Ich will dir ne Schelle geben, Digga. Ich glaub jetzt gar nicht, was du bist. Aber entweder ne richtig dicke oder ne kleine. Was ist mit zu tun? Wo wollt ihr beiden ne Schelle oder was? Was machst du dir genug zu brauchen? Ja, hier. Der Kollege macht einen noch dick. Klein oder große Schelle. Werdet man nicht nervös? Willst du ne kleine oder ne große Schelle? Ich weiß auch keinen Ahnung, was der eben. Wollt ihr beiden ne große Schelle? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Was ist los? Wie was ist das? Siehst du aus, als würdest du ein paar Schellen gebrauchen. Ja. Na klar. Hä? Brauchst du ein paar Schellen. Willst du jetzt ne Schelle oder später? Warum? Ohne Scheiß. Ob du jetzt oder später ne Schelle willst. Ne kleine oder ne große? Digga, was ist los mit dir? Ist egal. Willst du ne kleine oder ne große Schelle? Ne, wer bist du, Digga? Es ist egal, wer ich bin, okay? Ne kleine oder ne große Schelle. Suchst du aus? Klein oder groß? Wie kommst du drauf? Junge, klein. Wollen wir um die Ecke gehen? Wer bist denn du? Komm, auf um die Ecke. Komm her. Willst du auch ne Schelle oder was? Willst du auch ne Schelle? Du hast ne Schelle? Ich hab zwei, drei Schellen, okay? Für jeden von euch. Ich mein's ernst. Es ist egal, wie ich rede, okay? Wollt ihr ne Schelle oder nicht? Komm, komm, wir gehen nach hinten. Komm, wir gehen hier um die Ecke. Komm her. Komm her. Komm her. Du siehst so aus, als ob du ne Schelle willst, oder? Wieso? Was willst du? Ne Schelle? Ich will ne Schelle verteilen. Warum? Einfach so. Ich hab zu viel übrig. Willst du jemand anderen? Willst du ne Schelle? Wieso lach so? Willst du keine Schelle? Ich soll ne Schelle kriegen. Von dir vor allem. Willst du keine? Warum wirst du überhaupt stressen? Was für Stress? Ich will dir ne Schelle geben, Digga. Ja, und warum? Wie, was, warum? Halt mal deine leeren Hände da, wo die sind. Glaub mir. Wieso? Glaub's mir. Hä? Willst du ne Schelle? Willst du ne Schelle oder nicht? Hau dich doch. Willst du auch ne Schelle, oder was? Ich will ne Schelle, ja. Ja? Ja, komm. Ich will auch eine. Hier, da, hier. Ist ne Schelle für dich. Willst du keine Schelle, oder du? Jungs, ne Schelle, ne Rohrschelle. Wollt ihr jetzt eine oder nicht? Willst du keine Rohrschelle? Ja. Falls mal ein Rohr kaputt ist. Sollt man die zwei davon. Wollt ihr keine? Sollt man die zwei davon. Ich geb euch beide ne dicke Schelle, okay? Ja, natürlich. Hier. Habt ihr ne dicke Schelle, die könnt ihr euch mitnehmen, okay? Ja. 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 Wir gehen alle. Die kenn ich hier. Scheiße, Mann. Guck mal, es geht um die Schellen. Wir drehen mit versteckter Kamera. Scheiße, Mann. Ich hab euch schon gestern das ganze Zeit geschaut hier. Hey, bleibt mal kurz stehen. Wir haben Spaß gemacht. Es ging um die Schellen. Wir filmen mit versteckter Kamera so Rohrschellen. Weißt du? Ich schwör dir alle. Versteh mich nicht. Hör auf, mach die Scheiße. Nicht nochmal, Alter. Das ging einfach nur rum, dass die Leute fragen, ob sie einen Schelle wollen und dann auflösen mit einer Rohrschelle. Sag mal, ich brauch so eine wirklich. Ja, laden wir mal keinen Scheiß, Bruder. Das ist so ein kleiner Streit, Alter. Was macht der da, denkst du mir da? Na gut, schau gespielt, Alter. Hey, Jungs, ihr habt cool reagiert, Mann. Hör auf. Wir haben so einen YouTube-Kanal. Jungs, bleibt mal ganz kurz stehen. Bleibt mal ganz kurz stehen. Ganz ehrlich. Gemiss geworden. Hör auf mit diesem Prank, Kacke, Alter. Ich wusste nicht, Alter, soll ich den jetzt auf die Fresse holen oder nicht? Wir kommen noch weiter, Mann. Missgewund. Fickt euch, Mann. Fickt euch. Wie wusstest du an der Film mit versteckter Kamera hinter der Säule, Mann? Die Leute noch ein bisschen Stress machen? Ja, aber ich dachte mir, der kommt mir an mit der Scheiße. Was ist denn hier los in der Scheiße? Nee, wir sind hier in Frankfurt. Ja, ja, Mann. Nee, guck mal, wir drehen. Er ist nicht abgefuckt. Gib dir mal die Hand, Mann. Jungs, das ist so eine Schelle. Machst du Videos oder was? Wir drehen mit versteckter Kamera. Guck mal, guck mal da vorne. Ach. Ich wusste nicht, dass sie direkt so hoch geht, Alter. Vor allem du und du. Direkt hochgegangen, Mann. Ohne Spaß, Mann. Nee. Ganz kurz. Wir haben einen Comedy-Kanal auf YouTube. Ist es okay, falls wir so die Szene mit einbeziehen? Ich meine, du hast nicht so krass reagiert, aber... Ey, guck mal. Fakt, Mann. Ich bin grad voll angepasst. Ich glaub so, Fakt soll ich den jetzt... Ganz ehrlich. Assi von euch. Ja, macht von mir aus. Das ist mir egal. Ja, LWG TV. Kannst gerne mal vorbeischauen. Alles klar. Tschüss, tschüss, tschüss. Hau rein, tschau. Jetzt aber. Wir sehen uns. Schönen Tag euch, Mann. Danke, Mann. Wir hören uns, Mann. Gute. Also kein Problem damit. Und sorry für die Störung, okay? Sorry, Mann. Bis zum nächsten Mal.